Ja, hi! Mein Name ist Chris Blevins. Ich bin Engländer und wohne in Minden in Westfalen. Ich wohne seit 30 Jahren hier in Deutschland und lebe hauptsächlich von der Musik. Ich bin aber auch vielzeitig interessiert. Ich mache Webdesign, Grafik und viele andere Sachen und könnte in den letzten 25 bis 30 Jahren gut von der Musik und meiner gebündelten Künsten leben. Jetzt ist leider Corona da und hat uns ein Stück durch die Rechnung gemacht. Und ja, wir stehen ein bisschen auf dem Schlauch. Die Aktion 500 mal 500 Euro von Wessler finde ich ganz toll. Und das hilft uns mal wenigstens ein bisschen. Ein Kollege von mir hat das schon bekommen und freut sich wie ein Kind darüber. Alles klar. Ich wünsche euch viel Spaß. Bleiben Sie mal sicher. Und ja, vielleicht sieht man sich irgendwo, irgendwann. Ciao. Ich bin garz, ich bin garz, ich bin garz. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017